Ich fühle mich so krass verarscht von diesem Spiel, es ist das, ich habe zweimal identisch verloren. In die Decke, Horneli, aufs Bett. Ich habe zweimal identisch verloren, wie dieses Spiel ein... Ich muss irgendwas, ich muss was. Ich boxe auch mein Ding weg. Ey, das dritte Mal gegen seine Tür, bevor er rausgeht. Oh oh, Berlin dreht durch. Ausnahmezustand. Also wirklich Freunde, ich habe mir gerade fast meine Hand aufgeschlossen. You are so lucky, homo luder, was ist das denn, Digga? Bing, bong! Bing, bong! Feierabend mit dem Hundesohn. Hier Roy Sané. Jung in Son. Jetzt die Planke. Unglaubliches Tor! Mein erster Fallrückzieher in diesem Fifa. Drei, zwei, eins. Oh, oh mein Gott! Da kannst du doch nur... Oh mein Gott! Da kannst du unterhalten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Mann! Da kannst du unterhalten! Oh mein Gott! Der Gegner ist doch zu deinem Shit! Probierer wird! Ich hab verloren! Ach wollt ihr mich fahr... Arschen hier! Scheißdrecks! Jetzt habe ich meinen Bildschirm kaputt gemacht. Let's go! Was? Ja, mein Bildschirm ist kaputt. Schick dir gleich ein Foto. Ja, auf dem kann ich nicht weiterspielen. Scheiße. Ach fuck, warum hab ich das gemacht? Jetzt möchte ich mir einen neuen Bildschirm kaufen. Alter, wieso tut der Mann manchmal viel mehr weh als sonst? Es ist alles kaputt. Es ist alles kaputt. Was ist? Wie? 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 Bitte? Bei mir sind irgendwelche Teile weggeflogen. Ich weiß nicht was passiert ist. Das ist jetzt aber nicht mein Ernst oder? oh mein gott es ist kein Elfmeter er läuft in mein er läuft in mein spielerein digga ja ich lasse das schicksal entscheiden ja bitteschön jungen zu früh gefreut fuck man war perfekt gespielt stark renato jungen Doppelpfosten alter was da los oh dieses spiel ist so schlecht man es fallen so lächerliche tore man für euch für euch für euch ich würde mich freuen wenn ich ein spieler ziehe der so nicht gaia ist aber mal schauen vielleicht ziehe ich ja gaia halt die fresse ich hab gaia gezogen warum jetzt mal dicker was wie unwahrscheinlich schulschlacki wie mein controller so heftig kaputt ne ey das gibt es nicht wie er die ganze zeit durchkommt 3 0 ey das kann mein torwart mal ein weil er hinten digga 1 von 5 ne doch ja schön ob lag lässt zum zehnten mal heute walk out tot ist ein tot ist ein tot ist ein tot deutschland was das denn gut polo roh 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 I must have called a thousand times to tell you I'm sorry